Es ist ja tatsächlich in ganz vielen Bereichen die zentrale Haltung, die man, glaube ich, haben muss. Und wenn ich das jetzt versuche, in dem Kontext so ein bisschen weiter auszuformulieren, dann muss man da bei so einer Problemstellung, müssen ja beide Seiten irgendwie Verantwortung übernehmen. Und da kann man ja dann weder die Führungskraft beschuldigen, dass, ja, aber ich verstehe nicht, wieso da kein Buy-in ist und wieso alle so passiv sind, kann man weder in der Problemstellung die Führungskraft beschuldigen, noch die Mitarbeitenden, die halt sagen, naja, aber ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht identifizieren und bin deswegen so passiv, wie auch immer. Weil, wenn man nämlich quasi da die Ebene mal zurückgeht und sich denkt, naja, was ist, wenn einfach beide Ebenen die Verantwortung übernehmen würden für den gemeinsamen Zielprozess, den man da vielleicht hätte. Dann würde das nämlich bedeuten, dass die, und ich übergebe gleich an dich, da sieht man, also dann würde nämlich rauskommen, dass quasi die Führungskraft nicht herausgehen würde und sagen würde, ja, aber das stört mich, sondern was liegt in meiner Verantwortung, dieses Onboarding sinnvoll zu gestalten? Wie kann ich in meiner Rolle quasi diesen Buy-in erzeugen? Und gleichzeitig parallel auf der anderen Seite müssen die Mitarbeitenden auch sagen, wie kann ich für dieses Gesamtkonstrukt des Teams oder der Firma Verantwortung übernehmen? Sind das andere Arbeitsprozesse? Muss ich mich mehr mit der Philosophie des Unternehmens auseinandersetzen? Und dann kommt man sich ja dann schon langsam näher. Aber nicht dieses quasi gegen den anderen so ein bisschen wettern und sagen, ja, aber die müssen doch den Bein haben. Ja, aber wir werden doch nie einbezogen.